Jo, weiter voran geht's. Wen haben wir hier? Ein paar Trainer. Müssen wir die bekämpfen? Ja gut, ich werde es wahrscheinlich tun. Das hier ist ein Pokémon? Ja, das ist ein Pokémon. Es sah fast aus wie ein Pokéball. Ja, warum sollte ich da lang? Nur wegen dem Baum? Ach komm, ja. Ein paar Trainer herausfordern. Sinkt, tanzt, das ganze Leben ist ne Party. Meine Pokémon und ich sind am glücklichsten, wenn wir tanzen. Na dann tanzt mir mal so, meine Lieben. Sofern es kein Eurythmie ist. Ja, wollen wir jetzt nicht thematisieren. Ähm, ausproffen Mini. Ihr seid dran, mein Teenie ist der willige Held. Ähm, Fessilbiss. Warum nicht? Auf das Denk. Und Turbodreh auf... Ja, Reflex. Vielleicht. Versuchen wir es mal. Gift-Togman, Gift-Elektro. Wie es aussieht. Na komm. Jo, das bringt doch schon ordentlich was. Kann man machen. Das eher nicht so. Das war jetzt nicht ganz so effektiv. Aber gut. Man nimmt was man kriegen kann. Und gibt nichts wieder zurück. So. Felsgrab. Und, ja. Schalbele. Na komm. Schalbele. Mileng. Sehr gut. Marakamaba. Ist das nicht. Oha. Das hat reingehauen. Prof. Na komm. Machs alle. Sehr gut. Da war es nur noch eins. Oder? Und danach noch was. Neue Level für drei Pokémon. Ne. Lecky. Und Prof. Ähm, Felsgrab. Warum nicht? Und du noch einmal. Basierblatt. Können wir ja mal ausprobieren. Ist nicht grundverkehrt. Was? Wird nicht eingesetzt. Hat keine Effektivität. Nein! Ne, nein. Halte durch. Ne, nie. Na komm. Du wirst doch jetzt in diesem Kampf nicht sterben. Ähm. Felsgrab noch einmal. Und du von dir aus. Turbodreh. So. Na komm. Das kriegen wir hin. Turbodreh. Sehr gut. Im roten Bereich. Alles im roten Bereich. Felsgrab. Zack. Da hätten wir es. Das Doppelchen besiegt. Das Tänzerpaar. Und Level Plus für Takeru. Gut musst du go. Yeah. Pokémon Attacken. Alles in den Topf. So viel Glücksgefühl. Rangere ich den Kopf. Tanzen macht. Definitiv. Fröhlichheitskämpfen. Und gewinnt 5248. Und die zieht gleich aus dem Kampf gegen das Tänzer-Duo hervor. Sorry. Das Rhythmus-Duo. So. Da wollen wir uns auch ein paar Beere mitnehmen. Den Baum schütteln. Ja. Schlimm wer Böses denkt. Du sammelst auf was unter dem Baum liegt. Ja. Schlimm wer Böses denkt. So. Gut. Neu im Tunnel. Da wären wir. Wer bist du? Warum hat hier plötzlich alles gewackelt? Oder haben am Ende etwa nur ich gewackelt? Nein. Das kann nicht sein. Nein. Nein. Das kann nicht sein. Yeah. Ist da eben etwa der Champ vorbei gerauscht? Du weißt schon. Dieser Mann mit dem Mantel. Der von oben bis unten mit Logos übersät ist. Sponsoren eben. Tja. Auch der Champ ist nicht frei von. Von. Ja. Sponsoren und. Wie nennt man das? Ja. Sponsoren. Ist dieses rote Licht das gleiche wie bei den mixierten Pokémon? Deine mixierten. Deleon. Wahnsinn. Wie das gerade gewackelt hat. Was ist denn hier los? Was ist das für ein rotes Licht? Ein wildes dynamicsiertes Pokémon? Hier? Ich glaube es ja nicht. Lasst mich durch. Ich bin Trainer. Ich will hier durch. Ich stelle mich der Gefahr. Der Gefahr. In Anführungszeichen. Gänsefüße. Hey. Mein Fürst. Hast du das mitbekommen? Wie sollte ich das nicht mitbekommen? Die Erde hat gebebt. Das ist es. Das ist. Ja. Ich war gerade nicht auf dem Mond unterwegs. Deshalb. Ja gut. Das habe ich irgendwie schon mitbekommen. Genau. Es war. Es war. Es war da dieser lauter Rums. Und dann dieses rote Licht erschien. Und dann. Und dann. Dann. Dann hat sich plötzlich ein wildes Pokémon das zufällig in der Nähe war. Und dann. DIN AMAXIERT! Hier. Schaut dir mal die Schlagzähnen in Zeitungen an. Das stehe schon in einer fremden Sprache. In der Zeitung. So schnell. Das ist Dillion. Das ist einfach die Coupeste. Mein Bruder und sein Kloorak haben nicht lange gefackelt. und das dynamaxierte pokémon auf der stelle aus dem verkehr gezogen das ist mir mal wieder bewusst geworden wie stark er wirklich ist ich muss mit ihm reden soweit ich weiß sollte er beim stadion von clancity sein auf geht's dann wollten wir eh hin zum stadion von clancity was haben wir denn hier noch ein kloppa da die opa da gegen die opa da okay ein paar kp kann er brauchen ich meine erfahrungspunkte was das gelingt sich vielleicht dann werden wir es nicht aber ein bisschen die hat noch nie geschadet auf dem rest des teams so fest und sagt da war es schon so und weiter geht's nein 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 weg dann habe ich verfolgt von der katze böse katze nein ich fange jetzt nicht an zu beatboxen aus ein volltreffer so dann mal festkam das war doch effektiver gebacken was nein das ist nicht die katze nur ganz böse katze trainer na gut wir haben noch genug pokémon deine stärke steht ihr für mich ins gesicht geschrieben sei so gut und gestatte mir nicht in den kampf davon zu überzeugen gentleman patrick fordert dich heraus patrick oder patrick gentleman patrick sitzt was für ihn ein dunkles aha ich wollte gerade sagen das sieht ziemlich nach damokless aus da gab es doch dieses schwert pokémon in pokémon generation 6 mich nicht anders täuscht nix und tippstern an dieses schwert und schild pokémon schon nütten hin, der ist auch besiegt wie wärs mit blacky na komm du bist dran käfer mein kramau mein wildes kramau na so wild ist es gar nicht mehr stahlflügel und dann kommen zack sehr gut so 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 dann vielleicht pflücker ich weiß nicht ob das überhaupt das bringt ob die attacken vom team fluchten stahl den wir nicht auf den schild sind aber wir werden es versuchen so ähm broschnabel wird hier einsetzt aber das gleiche naja tut's auch irgendwie kriegen wir's hin nachtwie das ist hier ein bisschen zäher kampf könnte besser gehen broschnabel ja nie sehlich sollte vielleicht ein anderes team mitnehmen nicht schlecht in den roten brechen was noch oder auch nicht nachziehen es bringt uns in den roten bereich flüger nachkommen knappe sache hier in der jahre nicht als ihr bestes gegen muss man so sagen was man ihr neidlos zugestehen der gigant durch exterste holen jetzt die aus fast zurückgeschreckt gibt es doch gar nicht na komm was ist los du bist du es sehr gut modien als level modipod der wettbewerb 1 aber wollen wir jetzt nicht den kampf die giganten herausfordern das wäre jetzt ja gut, ich glaube dazu ist mein Motivott auch nicht reif, Intikkraft, na komm, weil es verwirrt besser aus, als wäre das meine Anteil gewesen, war es aber nicht, Digasauger, komm Ruf, was hältst du ich, na komm, du kannst das schaffen, ich auch an dich, und auch nicht, wenn er sich ständig hält, auch Rüstung von Motivott wirkt, oh wei, das machst du vielleicht doch gleich probieren, mein ist glaube ich erst Level 41, das können sie genug nicht lernen, ist freie mal getroffen, ok, die ist gar nicht so richtig die Attacke, na komm, Digasauger, ok, das war es mit Rufus, ah shit, und das hält sich wieder, solche Pokémon hasse ich, die sie selbst teilen können, ich meine ich kann es selbst haben, aber gut, so, der Kampf der gigantischen Tachyogen Motivott muss, ähm, Tiefschlag ist sehr effektiv, dann versuchen wir es doch, Tiefschlag, oh, äh, ja, das war das, das war das andere, Motivott, ein Volltreffer, na komm, dann lass mich genau so einwirken, Hochrüstung von Tachyogen wirkt, na komm, attacke, Tachyogen enttäuscht mich nicht, was, 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 was war das denn, es ist doch, es ist doch nicht wahr, meine Fresse, jetzt hängen wir hier ewig in diesem Kampffest, oder was, da kommen wir nicht über die Brücke, na komm, Molly, du halt, für rungslos effektiv, ach du, Schande, meine Fresse, das ist ein einfacher, das ist ein einfacher Trainer auf der Route, den werden wir doch wohl noch besiegen können, wir haben schon einen Arena-Leiter besiegt, ohne Probleme, naja, gut, ohne Probleme ist jetzt nicht ganz richtig, aber haben bei dem einen oder anderen Trainer schon Probleme, aber wir haben den sechsten, den siebten Rang, glaube ich, sogar schon gekriegt, das ist, ja, da kriegen wir jetzt doch wohl so einen kleinen Trainer auf der Route gebacken, ja, gebacken das ist das richtige Stichwort, Feuerball, eine Verbotsernin, das ist Pflanzenbuckmann, Wartermark, das ist eindeutig Pflanzenbuckmann, glaube ich zumindest, sieht so aus, das hätten wir auch mit diesem Team nehmen können, aber, gut, ich hab's dann lieber doch gelassen, so, Feuer sollen, verbrennt es, na so, mit Ach und Krach doch noch geschafft, Schnellgeburt, und wie ich erwartet hatte, ein eingeschubetes Auge erkennt eben ein Talent, wenn es vor ihm steht, zumindest 17.600 Pogmodollar, viel Geld, und jetzt zieht euch aus dem Kampf gegen den Gentleman davon, Herr Gentleman, okay, wo wir schon mal hier sind, Morzengirt ist mein ganzer Stolz, welch hat es beim Pokémon Camping eine Bäre für mich gefunden, ist das etwa ein Zeichen, das ist eine Zutrohlichkeit, komm uns gerne mal besuchen, ein Spiel mit meinem Pokémon, in einem schwarzen Zelt, na sehr gerne, und warum nicht, was das Ganze kommt, wie man hört man mir aus dem Kampf ist, irgendwo das nicht mehr auch man kann man mosque in den Korin poängen, dann können wir mal zur Abwechslung mal wieder machen, was mir dann nicht mehr gemacht, oh ja, der Einzige Wegener ist er hier, ist er Mauti gehört, ähm, ja gut, ähm, oh, ein Mauti, Maut Sven, schönen Spaß am Camping zu haben, das macht Mauti dahinten, hm, okay, was mit Mauti, ähm, ja, okay, hat glaube ich kein so großes Interesse an Kommunikation mit anderen Bugmon, er steht in der Gegend rum und guckt in die Leere, na komm, Mauti, ach, da kommt der Herr gerannt, na komm, Mauti, hier, feines Mauti, na komm, was ist, nicht, mein eigenes Bugmon, will nicht, au, 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 hey, Mauti, Hilfe, ich werde hier verprügelt, aua, wenn ich von mir meine Mautis verprügelt, kochen, ich will kochen, Currywechsel an uns nicht angucken, das muss nicht so sein, jetzt wird gekocht, auch mal zur Anwechslung, ich habe doch Würstchen mit dabei, können wir die nicht reinpacken, hm, das ist für mich aber schlecht, Seetankbeere, ja, warum nicht, ähm, so, bunte Mischung, so, Sinnebeere, ist auch nicht schlecht, noch mal vier auffüllen, sehr gut, und jetzt wird gekocht, zack, alle rein hier, Mauti steht daneben, immerhin, zack, meine Beeren, los geht's, ähm, fächern, nur zu fächern, muss ich das mit einem Rhythmus tun, oder wie war das noch gleich, mit ganz schnell machen, oder in einem Rhythmus, ich weiß nicht, oh, verbrannt, oder was, gut umrühren, ich mach ja, ja, den Gericht kann ich nicht, kann ich nicht schütteln, nicht rühren, weil ich hab den Pro-Controller gerade in der Hand, ja, ich gebe mir beste Mühe, mit Liebe abschmecken, aha, die Geheimzutaten Liebe, um zu füllen, großartig, guten Appetit, jetzt kommen sie alle her, futtert er jetzt, saures Gemüsecurry, mhm, interessant, und, es brennt, schmeckt, aha, gute Klasse, Patinaraya, eine KP und AP wurden wieder hergestellt, und startet das Problem behoben, denn Team-Pokman, haben sehr viele Erfahrungspunkte erhalten, denn Team-Pokman sind viel zur Rückschocker, nicht, aber es nutzt sich also doch mal, Curry zu kochen, so, ich würde jetzt trotzdem mal, auch wenn wir den Part jetzt hier, das hier verschwenden, Curry-Dix ansehen, ah, ok, das haben wir jetzt schon gemacht, ich hab doch, ich hab doch, ich hab doch hier, ich hab doch Würstchen, was kann ich damit machen, ich will meine vergammelten Würstchen nicht mal aufbereiten, du hast noch kein Rezept, ja, na dann, können wir hier zurückgehen, können wir hier Bogen-Kämpfer lassen, ja, gut, oh, ein bisschen Erfahrungspunkte, nicht viel, aber ein bisschen, das Team ist jetzt zu dir gehalten oder was, ja, hervorragend, fast wie ein Pukman Center, mitten auf der Route, so muss das doch sein, und wer ist sie, Route 7, ach, da waren wir, hier waren wir schon mal, das haben wir schon gegen sie geimpft, ich will, jemand, sein, der von allen bewundert wird, ganz so wie der Tcherempel, ach, da sind wir dann Richtung Dingens, wie ist die Städte, die Städte, wo wir waren, da sind wir dann gegangen, gut, Aufzug nach Clown City, da wartet uns das Abenteuer, hier geht es weiter, Clown City, ja, mein Pukman brauche ich nicht zu hören, sind nur das Pukman Camping gehalten worden, wie großartig, so muss das sein, da wären wir also wieder in der Hauptstadt von Gala, glaube ich zumindest, dass das die Hauptstadt ist, scheint mir fast so, oh, da sind die Kumpels auch schon, hey, hier drüben, Hallo, Zwergfürst, gute Arbeit von dir und deinem Durag-Dinion, ihr habt diese Dynamax-Pukman hier am Handumdrehen auf die Bretter geschickt, tja, wir sind eben einfach unschlagbar, aber es gibt Wichtigeres zu besprechen, Sanja, kannst du mir sagen, was hier vor sich geht? Gute Frage, erst war da dieses rote Licht, und dann hat sich plötzlich ein Pukman Dynamaxiert, obwohl eigentlich gar keine Emelie-Kolle in der Nähe war, aber wie kann das sein? Das wüsste ich selber gern, wir müssen wohl damit rechnen, dass dieses rotes Licht jederzeit wieder auftauchen könnte. Exakt, und um diesen Moment zu berechnen, braucht es einen Wissenschaftler in der Extraklasse. Oma, was machst du denn hier? Ich wurde von Liga-Präsident Rose hin bestellt, es hat mir Fragen über Fragen dazu gestellt, was all das mit dem Dynamax-Pukman zu tun hat, zu tun haben könnte, und dabei, und ist dabei etwas Hilfreiches rausgekommen? Das musst du ihn fragen, oder besser gesagt, seine Assistentin. Für den Liga-Präsidenten dreht sie alles nur um die Energieversorgung der Nars, alles andere überlässt er seine Assistentin. Aber eins steht fest, wir brauchen mehr Daten. Deswegen möchte ich dich bitten, zu der Sache weiter Nachforschung nachzustellen, Sanya. Immerhin kennst du dich von uns allen am besten mit der finstere Nacht aus. Moment, willst du damit etwas sagen, dieses rote Licht ist in Wirklichkeit die finstere Nacht? Hm, ich frage mich, ob wir auch irgendwie helfen können. Ja, ich muss ja wohl, oder? Danke, ich weiß euren Eifer sehr zu schätzen, aber ich wünsche mir von euch gerade nur eins. Ich will, dass ihr beiden mir das allerbeste Finale aller Zeiten liefert. Und im Gegenzug sorge ich dazu, dass hier in Galar auch in Zukunft Frieden herrscht. Geht klar, Bruder Herz, ich vertraue dir. Du bist schließlich der Unschlagbare. Oma, es gibt da etwas, was ich genau untersuchen möchte. Hilfst du mir dabei? Aber sicher doch, Sanya. Sicher helfe ich dir, mein Enkelen. Dann bis bald. Besteht ihr jetzt erstmal die Arena-Challenge? Ich rechne fest damit, euch beim Champ Cup zu sehen. Gut, konzentrieren wir uns auf unsere eigene Mission. Und für mich heißt das Nest zu besiegen. Aber du machst dich jetzt erstmal auf nach Clown City ins Clown Stadion. Oder zwang first. Why? Solltest du keinesfalls auf die lechte Schulter nehmen? Ich meine, ich habe ihn besiegt. Das war jetzt keine Sache. Aber ich meine, er wurde von, wie hieß er nochmal? Von dem, der jetzt Agenleiter gewohnt ist, dem Volkdol, dem Egoist, dem Egoman besiegt. Betis, so hieß er. So, trotzdem nochmal das Team heilen, bevor wir in den letzten Finalen Arena-Kampf treten. Den achten Orden uns holen. Scheint zumindest, dass das der achte Orden ist. Da haben wir ihn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ja, sieben haben wir schon. Den achten Orden brauchen wir noch. Ich speichere hier mal kurz ab. Das tue ich mal kurz. Ich sollte vielleicht nochmal gucken, wie es mit meinen Trinken aussieht. So, wie sieht es mit meinen Trinken noch was? Belebe habe ich noch acht und Schübertrank fünf. Ja, sollten wir vielleicht noch ein bisschen was teilen. Ein bisschen einkaufen. Waren-Sortiment hat sich erweitert. Ja, okay. Von mir aus, ich brauche die Trinken. 132, ne, so viele brauche ich nicht. Da hätte ich vielleicht anders rum gehen sollen. Ja. Zehn. Rechen vielleicht erst mal. Und dann... Blebe brüchte ich noch ein bisschen was. Vielleicht auch zehn. Und warum nicht? Zack. Dann haben wir noch ein bisschen was an Geld rausgeworfen. Sehr gut. Dann kann es im nächsten Part gleich weitergehen. Hier im Claw City Stadion. Würde ich dann sagen, dass das im nächsten Part hier... Das ist sie, die letzte Arena. Ja, dass es hier im nächsten Part in die letzte Arena geht. Ja, das müssen wir jetzt nicht noch in diesem Part anbrechen. Ja, in aller Ruhe im nächsten Part. Da mich nach oben sollte ich dieser Part gefallen haben. Und lasst dann immer da, wenn ihr seid. Und die Drachen Arena, wie es aussieht. Schauen wir uns im nächsten Part an. Da geht es an die letzte Arena-Ausforderung der Ghana Region. Und an den letzten Arena-Leiter. An den letzten paar Arena-Trainer. Ich bin gespannt, wie es wird. Haut darin. Habt ihr einen angenehmen fürstlichen Tag. Man sieht sich. Und haut darin. Tschau, tschau. Tschau, tschau. Tschau, tschau. Perd